Betriebssysteme gibt es wirklich wie Sand am Meer, man kann es nicht oft genug sagen. Und jedes dieser Betriebssysteme hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und alles steht und fällt, auch meistens mit dem Paketmanager. Warum also mit verschiedenen Paketmanagern sich herumärgern, wenn man ein Betriebssystem nutzen kann, der alle Paketmanager miteinander vereint von den wichtigsten Betriebssystemen? So kann man die Stärken eines jeden anderen Paketmanagers vollständig ausnutzen. Und wie das funktioniert, das zeige ich heute in diesem Video. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem, welches in den letzten Wochen durchaus Aufmerksamkeit bekommen hat schon. Und zwar Vanilla OS. Wenn ich den Begriff Vanilla höre, dann denke ich immer als allererstes an Unverändertheit. Und als Beispiel KDE Neon zum Beispiel, wenn ich KDE Plasma installiere, dann erhalte ich quasi ein Vanilla KDE. Das heißt unverändert im Design, so wie der Hersteller es auch vorgesehen hat. Oder zum Beispiel ein Vanilla XFCE würde jetzt hier in dem Beispiel ungefähr so aussehen. Also vom Design her völlig unverändert mit dem Hintergrundbild und dem Dock hier. Also so wie man es dann zum Beispiel, wie in dem Falle, frisch auf eine Arch-Distribution installiert, so würde dann das Vanilla XFCE aussehen. Und alle Veränderungen, die man dann durchführt, das ist ja dann im Prinzip eine grafische Veränderung. Und dann ist es nicht mehr Vanilla. Und bei Vanilla OS ist das tatsächlich ähnlich. Denn Vanilla OS hat einen besonderen Aufbau in seiner Betriebssystemstruktur. Es basiert erstmal auf Ubuntu. Und der Systemkern im Prinzip, das komplette System, ist quasi von der eigentlichen Nutzeroberfläche abgeschottet. Das ist auch das, was man hier dann liest. Ist ein Immutable Operating System, also ein unveränderliches Betriebssystem, deren Kernkomponenten quasi gesperrt sind, sodass diese entsprechend nicht verändert werden können. Man kann natürlich trotzdem Anwendungen und so weiter installieren. Aber der Systemkern bleibt Vanilla quasi im Ursprung, so wie man ihn im Prinzip installiert. Und ja, wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns mal an. So, das ist die Webseite im Prinzip. Eine sehr, sehr schöne Webseite, muss ich sagen. Sieht wunderbar aus. Sehr minimalistisch, sehr viel Raum. Auch dieses dunklere Design ist ein bisschen besser für die Augen. Hier wird das Immutable auch nochmal beschrieben. Was es im Prinzip bedeutet, wie Programme eben in das System installiert werden. Hier steht aber gleich mittels AB-Root kann man tatsächlich auch Sachen in das System installieren. Man kann also durchaus in das System eingreifen, wenn man es denn möchte. Denn schließlich ist alles free and open source und jeder darf tatsächlich auch das tun, was er gerne hätte. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf Download, Get Vanilla OS und wir werden umgeleitet auf GitHub. So, und wie wir sehen, Vanilla OS ist ein Fork von Ubuntu Cinnamon Remix, ISO Builder. Das war quasi so der erste Fork und daraus hat man dann Vanilla OS gebaut. Also gar nicht mal so schlecht. So, dann wollen wir mal schauen. Hier haben wir dann die ISO. Die nehmen wir dann auch und hoffen, dass das Ganze auch recht zügig geht. 1,7 GB und das braucht bei mir hier nur 30 Sekunden zum Runterladen. Das ist also recht gut. So, dann habe ich hier wieder meinen Event Toy Stick hier links. Denn wir werden Vanilla OS hier wie immer auf echter Hardware installieren und nicht in einer virtuellen Maschine. So, dann einmal hier rüber geschoben. Das ging jetzt recht schnell mit dem Schreiben. Allerdings nicht den Stick rausziehen, sondern den Stick einfach auswerfen und dann werden die Daten geschrieben. Und das kann jetzt tatsächlich einen kleinen Moment dauern. Da einfach geduldig sein. So, dann hier auf meiner HP Maschine, auf meiner Labormaschine quasi, habe ich hier den Sundisk Cruiser. Das ist im Prinzip der USB Stick. Den wähle ich jetzt aus. Das ist quasi der Ventoy Stick und dann sind wir hier auch direkt auf der Ventoy Oberfläche. Und da haben wir Vanilla OS einmal ausgewählt und Normal Mode. Und dann kommen wir hier in das Grub Menü der ISO. Und ja, da würde ich sagen, Try or Install Vanilla OS. Das machen wir gleich. Wählen wir gleich das auch aus. So, und schon sind wir hier auf der GNOME Oberfläche und dann haben wir hier quasi so eine Art, ja, Start, Starter. Da kann ich jetzt hier einmal entweder Try Vanilla OS, also ich kann es weiterhin testen hier, also auf der Live ISO oder direkt installieren. Und das machen wir mal. So, ich möchte die Sprache Deutsch. Wir gucken mal. Ich werde hier mal direkt danach suchen. Mal schauen. Ah ja, okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das funktioniert so scheinbar auch nicht. Okay, das mit der Suche funktioniert leider nicht so, wie ich das gerne hätte. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch. Ah, okay, das heißt German, nicht Deutsch. Okay, gut, dann einmal weiter. So, das Keyboard Layout soll ebenfalls German sein. Da muss ich sagen, ist diese Installationsroutine jetzt nicht so schön. Da finde ich Kalamaris deutlich besser. So, und nein, ich will auch nicht Switzerland, sondern ganz normal Deutsch. So, denn hier kann ich es auch nochmal testen, wenn ich das möchte. So, dann einmal weiter. So, dann meine Zeitzone ist Europa Berlin. Ja, das macht er jetzt nicht. Er lässt mich hier nicht rein. Doch jetzt. So, sehr gut. Dann einmal weiter. So, dann Select a Disk. Und hier muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, dass man hier nicht die richtige, äh, nicht die falsche Disk auswählt. SDB, das ist mein, äh, ja, NAS-Speicher im Prinzip. Das ist mein NAS-Server-Speicher. Die 60 GB SDC, das ist im Prinzip das NAS-Betriebssystem selber. Der Open Media Vault. Und SDA, das ist die 240 GB Platte. Das ist im Prinzip die, die ich jetzt hier nutzen möchte, um Vanilla OS zu installieren. Aktuell wird nur Use Entire Disk unterstützt. Vanilla OS hat das bereits auf seiner Webseite angegeben, dass in Zukunft auch eigene Partitionen und so weiter verfügbar sein werden. Ähm, ja, aktuell kann man nur die vollständige Disk verwenden. So, dann einmal weiter. Hier wird dann nochmal darauf hingewiesen, dass alles gelöscht wird. Das ist auch in Ordnung. So. So, jetzt kommen wir zum Nutzer-Account. Und, und zwar, mein vollständiger Name ist Typ. Der Benutzername ist einfach nur Typ kleingeschrieben. Und dann vergebe ich noch ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ und bestätige das Ganze hier auch nochmal. So, dann einmal weiter. So, hier wird das alles nochmal zusammengefasst. Einmal mit der Sprache, Zeitzone und so weiter. Und das ist auch in Ordnung so. Und dann kann ich jetzt auf Install Vanilla OS gehen. Und dann heißt es einfach abwarten, bis die Installation durch ist. Ich nehme mal an, dieser Installer ist von Gnome. Der kommt von Gnome selber. So eine Art Gnome-eigener Installer. Finde ich aktuell optisch zwar sehr schön, allerdings funktionell noch sehr, sehr eingeschränkt. Ich bin mal gespannt, ob da in Zukunft das Ganze noch ein kleines bisschen besser wird. Gut, dann einmal abwarten und Tee trinken. So, die Installation ist durch. Und wir können das System einmal neu starten. So, hier ist der Login-Bildschirm. Und dann loggen wir uns einfach mal ein. Und schon sind wir auf der Oberfläche. Und sehen hier auch gleich einen Willkommens-Bildschirm. Sehr schön. So, let's start. Wollen wir mal schauen. So, hier ist alles auf Englisch, so wie es aussieht. Auch hier Activities und so weiter. Wobei hier oben steht wiederum erste Einrichtung. Allerdings ist der Ersteinrichtungs-Wizard vollständig auf Englisch. So, hier haben wir unser Farbthema. Da können wir auswählen zwischen hell und dunkel. Das ändert dann auch das Hintergrundbild. Ich belasse es heute mal bei hell, obwohl ich sonst eher dunkel bevorzuge. So, dann haben wir hier die Paket-Manager. Und zwar soll Flatpak mit installiert werden und App-Images. Das kann ich mir jetzt hier aussuchen. Hier, standardgemäß ist es aktiviert und es sollte auf jeden Fall aktiviert bleiben. Snaps ist hier, glaube ich, noch nicht integriert als separater Paket-Manager. Wird aber ebenfalls bald folgen in den nächsten Versionen. Dennoch kann man ganz regulär Snaps installieren. Das ist überhaupt kein Problem. So, dann haben wir hier Core-Applications. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die LibreOffice-Suite zu installieren. Und ja, das können wir einfach mal machen. Obwohl, nee, das lassen wir mal weg. Ich will nämlich gleich mal schauen, was überhaupt vorinstalliert ist. So, das sind im Prinzip die Gnome-Core-Applikationen. Alles, was zu Gnome im Prinzip dazugehört, wie ein Kalender, eine Uhr, Document Viewer, Maps, ein Texteditor und so weiter. Das ist in Ordnung. Bei Common Utilities, gucken wir mal, was da noch drin ist. Bottles-Boxen, das ist also Gnome-Boxen. Das ist, ja, eine Art virtuelle Maschinenverwaltung. Metadata-Cleaner, Shortwave und ein Sound-Recorder. Ja, das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Deswegen skippe ich das. Und ja, eingeschränkte Codecs, wie zum Beispiel Fonts und auch Audio-Media-Codecs, sollen diese installiert werden oder nicht? Da sage ich einfach Install. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Systemabstürze oder Fehler entsprechend mittels Abboard zu melden. Das mache ich jetzt hier mal an, weil ich das ja auch testweise nutze. Und dann Passwort rein. Und dann werden die Sachen noch nachinstalliert. Das ist sehr, sehr schön, dass das alles nicht in einem Schlag schon drauf installiert wird, sondern dass man hier mittels dieses Willkommen-Menüs nochmal die Möglichkeit hat, Sachen auszuwählen und nachinstallieren zu lassen. So, jetzt wird mir nochmal empfohlen, komplett neu zu starten. Das ist in Ordnung. Das machen wir, weil es geht tatsächlich auch recht fix. So, dann wieder Passwort rein. Und jetzt habe ich ein wunderhübsches Bildchen von einer gelben Rose, nehme ich mal an, oder einer gelben Blume. Sehr schön. Und jetzt sind wir drin. Und jetzt wird hier noch zum Schluss ein paar Flatpacks installiert, so wie es aussieht. Der Gnome Calendar zum Beispiel wird als Flatpack installiert. So, die Installation der Flatpack-Anwendungen, das kann durchaus nochmal einen Moment dauern. Aber dann ist er auch schon fertig. So, und jetzt sind wir im Prinzip auf diesem frischen VanillaOS-System. Und jetzt können wir hier gleich schon mal einen Blick reinwerfen. So, die Anwendungen selber sind alle schon auf, ja, halb Englisch, halb Deutsch. Music ist hier noch auf Englisch, aber ich nehme mal an, dass der Music Player, das ist ein Eigenwort. Und hier oben steht noch Type to Search ebenfalls auf Englisch. Das heißt, die Übersetzung auf Deutsch ist noch nicht zu 100% abgeschlossen. So, was ziemlich interessant ist, ist erstmal, wie wenig Anwendungen hier im Allgemeinen drauf sind. Also hier komme ich auch gar nicht mehr irgendwie weiter, links, rechts. Wir haben hier die Standard-Gnome-Anwendungen, einen Extension-Manager, das VanillaOS-Kontrollzentrum, das gucken wir uns gleich noch an. Ein paar Standard-Utilities, das sind die, die wir vorhin eben ausgewählt haben. Und das war es im Prinzip auch schon. Mehr ist nicht drauf. So, dann gehen wir mal in das VanillaOS-Kontrollzentrum. So, das ist ein ziemlich wichtiger Ort tatsächlich, denn hier kann man zu Beginn dann erstmal noch schauen, welche Treiber man auf jeden Fall noch nachinstallieren sollte. Je nachdem, wo wir VanillaOS installiert haben. In dem Fall ist nichts weiter notwendig. So, dann kann ich hier ein System-Update planen und auch durchführen. Zum einen kann ich sagen, der soll das immer wöchentlich, soll er dann nach Updates checken. Und dann entsprechend, hier gibt es dann Smart-Update und Auto-Update, soll das dann alles automatisch im Hintergrund entsprechend updaten. Und dann kann ich auch jetzt nochmal nach Updates checken. So, Following-Updates are available. Ja, nichts. Aber wir können trotzdem mal Apply machen. Mal sehen. Ja, dann war es das im Prinzip auch. Wir machen aber Restart Later. Das brauchen wir jetzt nicht. Das im Prinzip installiert dann tatsächlich die Kern-System-Updates. Die kann man so ohne weiteres eben nicht mehr einfach so in einer Konsole machen mittels Update und Update. So, dafür sollte man auf jeden Fall dieses Update-Center hier dann benutzen. Und dann gibt es noch das Subsystem. Und das Subsystem ist ziemlich interessant, denn darauf baut im Prinzip komplett VanillaOS auf. Und zwar wird das Subsystem mittels eines, ja, VanillaOS-eigenen Programms gesteuert, welches sich APX nennt. Und mit APX kann ich dann, wenn ich mit APX etwas installiere, kann ich zum Beispiel direkt aus den Fedora-Repositories, Arch-User-Repositories oder auch aus dem Alpine-Repositories Sachen installieren. Und diese werden dann einfach in so einer Art Container installiert, zum Beispiel in einem Arch-Container oder einem Fedora-Container und so weiter und so fort. Und das Haupt-Subsystem, der Standard-Container, ist im Prinzip ein Ubuntu-Container. Das heißt, nichts, was ich hier installiere, wird irgendwie auf das VanillaOS-System direkt installiert, sondern es wird immer ein Container erstellt, wo das Ganze dann installiert wird. So, das können wir jetzt einfach mal machen. Wir können ja mal hier draufdrücken. So, bei Subsystem wird jetzt im Prinzip ein Ubuntu-Subsystem erstellt. Sehr gut. Und wenn ich jetzt hier nochmal draufdrücke, wird jetzt innerhalb dieses Containers jetzt eine Shell geöffnet. In dieser Shell wird der Container jetzt gestartet und es werden jetzt Basispakete noch nachinstalliert, die im Prinzip zur Benutzung der Shell notwendig sind. Das können wir mal kurz abwarten. So, der Container ist jetzt hier soweit fertig. Ich versuche das hier mal ein bisschen größer zu machen. Sehr gut. Okay. So, jetzt sind wir in dem APX-Managed-Container drin. Können wir mal gucken. Mit uname-a. Da haben wir jetzt hier den Managed-Linux-Generic-Kernel 5.19 drin. Das ist ein Ubuntu-Kernel. Merken wir uns einfach mal. Und hier drin kann ich jetzt im Prinzip sudo apt-update zum Beispiel durchführen. Und dieses apt-update betrifft auch nur den Container. Das heißt nicht Vanilla OS, sondern nur der Container, in dem ich mich jetzt hier befinde. Und da kann ich zum Beispiel auch zum Beispiel sudo apt-install. Und dann kann ich zum Beispiel hardtop installieren. Und dann wird das hier auch installiert. Und wenn ich hardtop starte, dann habe ich hier im Prinzip, ja, hardtop im Prinzip. So, doch was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Container wieder verlasse? So, dann bin ich jetzt wieder außerhalb dieses Containers. Und im Prinzip kann ich jetzt, ja, hier im Prinzip das Terminal hier entsprechend zumachen. Und dann können wir mal schauen, dass wir hier nochmal ein Terminal einfach aufmachen. So. Und wenn ich jetzt hardtop eintippe, dann steht hier nicht gefunden. Das ist auch sinnvoll, weil hardtop haben wir ja in dieses Ubuntu-Subsystem installiert, in diesen Ubuntu-Container, sage ich mal. So. Und es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, diesen Container oder das Programm des Containers auch irgendwie aufzurufen. Und das geht mittels APX. Das ist ja im Prinzip die Verwaltung, das Verwaltungskommando der Container. Und dann sage ich einfach Export. Und dann hardtop. Und das sorgt dafür, dass APX jetzt aus diesem Container das Programm hardtop quasi rausholt. Aber nicht rauskopiert, sondern im Prinzip nur außerhalb dieses Containers verlinkt, sodass ich von außerhalb hier drauf zugreifen kann. Und rein theoretisch sollte ich zumindestens jetzt hier eine Art Verlinkung haben. Genau. Hardtop on APX Managed. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird hier hardtop auch angezeigt. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hier wird bei hardtop tatsächlich auch alle Prozesse von VanillaOS mit angezeigt. Also nicht nur die Prozesse aus dem Container. Das ist vielleicht wichtig. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel hier der RAM-Speicher ziemlich gut in Gebrauch ist. Ist klar, weil der Container ja selber sich auch noch ein paar Ressourcen schnappt. Dann können wir hier wieder zumachen. Und dann einmal zumachen. Hardtop in der Konsole selber ist dann eben nicht verfügbar. So, was haben wir sonst noch? Was können wir noch installieren? Zum Beispiel gibt es das Arch Linux Subsystem. Bevor wir das aber machen, können wir einfach mal generell schauen, wie wir Pakete auch installieren können, die ohne jetzt erst in so ein Subsystem uns erst reinrouten zu müssen. Und das geht ziemlich einfach. Ich will mal ganz fix hardtop wieder entfernen. Mit sudo apt, purge und hardtop. Jawohl. Exit. So, jetzt sind wir erstmal raus. So, jetzt müssen wir allerdings noch einen sogenannten Unexport durchführen. Ja, sowas gibt es hier auch. Unexport. Und, gut, Desktop-Eintrag gibt es nicht. Allerdings gibt es einen Menü-Eintrag. Und der ist mittlerweile jetzt auch weg. Also, alles in Ordnung. Hardtop ist jetzt auch aus, die Verlinkung zu Hardtop ist jetzt hier auch entfernt. So, also, wie kann ich jetzt Hardtop nochmal installieren, ohne erst einen Container erstellen zu müssen? Und das geht ebenfalls mittels APX. Ganz einfach, APX, Install und dann Hardtop. Und schon installiert er Hardtop in dieses Ubuntu-Subsystem. Und man kann dann direkt drauf zugreifen. Ich glaube aber in der Konsole nicht. Genau, in der Konsole kann man dann nicht drauf zugreifen. Das ist so ein kleiner, feiner Unterschied. Aber rein theoretisch, genau, hier ist Hardtop jetzt wieder da. Und dann kann ich dann von hier aus wieder drauf zugreifen. Ebenso kann ich, okay, ich habe jetzt hier einfach auf Close gedrückt. Den ist ja hier richtig beendet. Deswegen der Fehler. Aber ich kann im Prinzip dieses Programm auch wieder deinstallieren mit APX und dann einfach Remove. Und dann Hardtop. Und dann ist, einmal nochmal bestätigen und dann ist Hardtop auch verschwunden. Ja, hier unten steht dann auch nochmal Desktop Entry not found. Das heißt, auch hier wurde dann der Eintrag entsprechend entfernt aus dem Menü. So, so einfach funktioniert das. Und was dir vielleicht aufgefallen ist, ich brauche kein Root-Kommando. Ich brauche kein Sudo davor setzen, sondern die Container werden auf Nutzerebene erstellt. Das heißt, nur für mich als Nutzer wird dieser Container hier erstellt mit dieser Software, mit diesem Programm. Ein anderer Nutzer auf diesem Rechner, wenn er sich dann einloggt, hat keinen Zugriff auf meinen Container, den ich quasi erstellt habe, also auf meine Programme, die ich mittels APX erstellt habe. Das muss er dann im Prinzip selber machen. Ja, da muss er dann also zum Beispiel Hardtop nochmal selber installieren. So, wir haben jetzt gesehen, dass wir im Prinzip mittels APX ganz einfach hier Debt-Pakete installieren können. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, das haben wir ja hier gerade schon gesehen, dass wir sowohl Arch als auch Fedora oder auch Alpine nutzen können. Und das wollen wir mal ausprobieren. Wie funktioniert das zum Beispiel, wenn ich Fedora zum Beispiel nutzen möchte? Einerseits kann ich jetzt hier über das Subsystem direkt Fedora auch starten gleich und dann per Konsole mich aufschalten oder ich nutze APX. Und zwar hat APX ja eine Standardeinstellung und die Standardeinstellung ist im Prinzip APT. Das wäre die Standardeinstellung. Und wenn ich aber kein APT-Paket haben möchte, sondern zum Beispiel ein Paket aus dem Fedora-Repository, also als DNF zum Beispiel, dann gebe ich diesen Flag an, ich mache erst mal install, dann DNF, das ist ja im Prinzip das, was ich aus diesem Fedora-Repository haben möchte, und dann das Paket, was ich entsprechend installieren möchte, wie zum Beispiel Vim können wir hier mal nutzen. So, dann wird jetzt erst mal der Container, der Fedora-Container, erstellt. Das kann immer einen Moment dauern, weil die Basis-Container natürlich dann noch einige Abhängigkeiten brauchen, die dann nachinstalliert werden müssen, wie zum Beispiel jetzt steht ja Installing Basis-Package. Das kann einen kleinen Moment dauern. Das ist allerdings nur beim ersten Mal so, wenn der Container das erste Mal erstellt wird. Wenn der Container einmal da ist, dann geht das mit der Installation nachher ziemlich rucki-zucki, weil er dann einfach auf diesen Container weiter zugegriffen wird. So, hier werden dann ein paar Pakete abgefragt. Ich nehme an, der wird auch nochmal ein komplettes Update hier durchführen wollen. Deswegen steht hier 65 Pakete und zwei werden geupgradet. Und da sage ich einfach ja. Okay. Ja, und das ist jetzt die Standard-Installationsroutine von Fedora, so wie man das von Fedora auch kennt. So sieht das aus, wenn bei Fedora halt was installiert wird. Sehr, sehr schön. So, und damit ist im Prinzip Wim jetzt installiert. Wim kann ich allerdings nicht hier in der Konsole starten. Das funktioniert leider nicht. So ohne weiteres. So, jetzt musste ich tatsächlich ein kleines bisschen ausprobieren. So, also das Wim wird tatsächlich hier im Menü gar nicht angezeigt, gar nicht angeboten. Und damit ich jetzt Wim starten kann, muss ich jetzt einfach Vanilla OS mitteilen, wo sich Wim befindet, weil es ja keine Desktop-Applikation ist. Deswegen gibt es da scheinbar auch keine Desktop-Verlinkung. Also sage ich apx run. Installiert haben wir es ja im DNF-Container, also im Fedora-Container. Und dann eben Wim. So, und schon sind wir drin. Und jetzt kann ich hier ganz normal was schreiben. Und ja, kann das Ganze dann auch wieder fließen. Wenn ich es speichern möchte, dann sage ich einfach Wim und dann test.txt. Das können wir einfach mal so machen. So, jetzt wird test.txt. Hallo. Ups, hallo. Das ist ein Test. So, dann können wir mit Doppelpunkt und X raus. Und wir schauen mal. Die test.txt-Datei befindet sich hier auf meinem Vanilla OS-Konto. Nicht innerhalb des Containers, auf einem kreierten Account innerhalb des Fedora-Containers, sondern das wird dann schon außerhalb hier in meinen eigenen Ordnern gespeichert. So funktioniert das dann also. Wenn ich also jetzt ein Programm habe, eine Anwendung habe, die keine Verlinkung beursacht oder die ich in der Konsole starten möchte, wie zum Beispiel Htop oder eben Wim, dann möchte ich ja nicht die ganze Zeit immer nur apx run und so weiter entsprechend als Befehl schreiben, sondern ich würde schon gerne einfach nur Wim schreiben und dann im Prinzip den Test-Text oder so. Ja, und das kann man dann einfach mittels eines Aliases in der Bash-RC verwirklichen. Und dazu öffnen wir mal die Bash-RC. Und zwar mittels dieses Befehls Wim.bash-RC. Rein theoretisch müsste die da sein. Genau, da ist sie auch schon. Und dann gehe ich jetzt hier, Achtung, das wird jetzt ein bisschen ein I-Rape. So, hier haben wir die Aliase und da werde ich jetzt hier einfach ganz nach unten scrollen. Wobei, wir gehen hier einfach zu diesen Aliases und werden jetzt hier, hier steht, hier wird empfohlen, Bash-Aliases zu verwenden für eigene Aliase. Ich glaube, dieser Empfehlung komme ich jetzt einfach mal nach. Also einfach hier runter und dann bash-Aliases. So, da dürfte jetzt noch nichts drin stehen. So, dann machen wir Alias. Alias. So, als Alias möchte ich haben das Wort Wim. Und der Befehl dazu lautet im Prinzip apx run dnf, um den Container zu spezifizieren und dann Wim. So, das ist im Prinzip der Wim-Befehl. Dann kann ich das speichern und raus. Mache einfach source.bash.rc. Und dann müsste rein theoretisch Wim, wenn ich jetzt einfach nur Wim-Text-Test eingebe. Jawohl. Dann öffnet der meine Textdatei direkt in Wim. Das ist dann im Prinzip ein Ablauf. Da muss man sich dann einfach ein Stück weit dran gewöhnen. Da muss man sich selber ein bisschen strukturieren, ein bisschen organisieren, um das dann auch so entsprechend auch hinzukriegen. Vorteil ist natürlich auch, man kann verschiedene Konsolenprogramme auch in verschiedenen Betriebssystemen quasi installieren. Oder nicht nur Konsolenprogramme, generell Software. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Anwendung, zum Beispiel Wim, ausschließlich in Fedora verwenden. Aber ich möchte auch eine Wim-Instanz in Arch zum Beispiel haben. Und dann kann ich dann auch ein Alias anlegen, zum Beispiel mit Wim Arch oder Wim Fedora oder Wim unterstrich dnf oder Wim unterstrich aur. Oder wie auch immer, kann ich das Ganze dann einfach benennen, wie ich es möchte. So, als nächstes schauen wir mal, welche Kommandos überhaupt verfügbar sind. Mit APX. Einfach nur APX eingegeben und Enter gedrückt. Führt uns hier auf so eine Art Hilfe-Seite. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier ein Vollbild machen kann. Sehr gut. Und hier steht dann im Prinzip, welche Commands denn so verfügbar sind. Wie zum Beispiel Auto-Remove, Update-Upgrade. So kann man dann im Prinzip die Pakete eben auch komplett und vollständig updaten und upgraden. Dann gibt es hier Initialize the Managed Container. Das heißt, ich kann einen speziellen Container auch wieder zurücksetzen mittels Init-Befehl. Da gebe ich dann einfach APX-Init und dann, wenn ich nichts weiter eingebe, wird der Ubuntu-Container resettet. Ansonsten kann ich auch wieder den Flag dahinter setzen mit Bindestrich, Bindestrich und dann zum Beispiel dnf. Und dann wird der Fedora-Container initialisiert. So, dann genau. List, Purge, Remove und so weiter. Das sind dann die Befehle, die ähnlich den Up-Befehlen entsprechen, die man eben von Ubuntu und Debian so kennt. So, und hier haben wir halt das AOR, das Arch-User-Repository. Das funktioniert übrigens ganz genauso. Lediglich, wenn man sich in diesen Container einloggt, dann müsste man noch ein paar Sachen nachinstallieren, damit man Arch-User-Repository entsprechend nutzen kann. Zum Beispiel den Paketen Helper oder so. Gut, wir werden jetzt mal ein Arch-User-Repository-Programm installieren. Dazu öffne ich mal einen Browser. So, ich werde mal testweise das Supplime Text 2 installieren. Und mal schauen, ob ich das quasi hinkriege. So, da sind wir jetzt wieder hier in unserem Terminal. Und dann machen wir mal apx install aur. Das ist jetzt unser Flag, Arch-User-Repository. Und mal schauen, ob das funktioniert. Das wäre dann im Prinzip dieses Programm, Supplime-Text-2. Habe ich jetzt einfach mal kopiert und füge das jetzt hier ein. Supplime Text 2. Und mal gucken, ob das funktioniert. Als allererstes wird der Arch-Container erstellt. Das ist also ganz, ganz normal, dass das erstmal ein kleines bisschen dauert. So, jetzt geht die Installation hier quasi los. So wie es aussieht, wurde der Yay-Helper schon vorinstalliert. So, dann sagen wir einfach mal Ja. Remove Make Dependency After Install. Ja, das können wir machen. Die Make-Abhängigkeiten können wir wieder entfernen. Und hier steht ein Fehler. Ja, das ist schon mal sehr gut, dass es hier einen Fehler gibt. So wie es aussieht, gibt es hier ein Problem, dass Git noch nicht installiert ist. Und das ist in Ordnung. Dann machen wir das Ganze mal mit Git. Ja, perfekt. So, jetzt möchte der, dass ich mir die Package-Bild dann so weiter anschaue. Und ich sage jetzt einfach All. Okay. Cool. Precide mit Installation. Also fortsetzen. Ja. Und jetzt Ja. Und jetzt wird alles installiert. Die AOR-Pakete zu installieren, ist manchmal eine kleine Wissenschaft für sich. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man muss es einfach ein bisschen ein paar Mal machen. Und dann weiß man ungefähr, was zu tun ist. Falls Fehler auftreten, irgendwas nicht installiert werden kann. Dann einfach lesen. Und verstehen. Quasi. So, was haben wir hier jetzt? Jetzt hat wieder was nicht funktioniert. Diesmal wird hier auch gar nicht weiter spezifiziert, was das Problem ist, so wie es aussieht. Hier gibt es wohl ein Problem, dass Sublime Text generell irgendwie nicht gebaut werden kann. So, also so wie es aussieht, lässt sich Sublime Text 2 nicht installieren. Das liegt jetzt aber nicht an Vanilla OS. Das liegt aber höchstwahrscheinlich daran, dass das AOR-Paket einfach nicht mehr richtig funktioniert generell. So, wir können ja mal Tor-Browser probieren. Mal schauen, ob das funktioniert. So, mal schauen. Mal sehen. Hm, das ist interessant. Das, ähm, bin ich mal gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Okay, vielleicht fehlen einfach nur die, äh, Base-Devil-Dateien. Schauen wir mal. So, dann nehmen wir alle. Und ja. Okay, also da, äh, die, äh, ja, Make-Dateien scheinen halt zu fehlen, die für das Kompilieren zuständig sind. Äh, schauen wir mal. Ob wir dann jetzt was installieren können. So, den Tor-Browser nochmal. Clean-Bild, Clean-Bild. Aha. Das sieht doch schon mal ganz anders aus. Super. Und das sieht auch, äh, fertig aus. Tor-Browser will appear in your Applications-List. Gut, dann, äh, hat tatsächlich, äh, etwas gefehlt. Zwei Dinge müssen, äh, ja, installiert werden, wenn man AOR-Pakete installiert. Also Direktpakete aus dem Arch-User-Repository. Und das ist einmal Base-Devil und Git. Diese beiden Sachen sind notwendig, damit überhaupt die, das Ziehen und Kompilieren von AOR-Paketen möglich ist. Ich nehme mal an, dass Supplime Text 2 jetzt sich auch installieren lässt. Supplime minus Text minus 2. Schauen wir mal. Clean-Bild. Und, äh, Parsing. Jawohl, das sieht sehr, sehr gut aus. Wenn ich das schon sehe, dann, äh, ist das in der Regel, funktioniert es dann auch. Kann höchstens sein, dass es jetzt gleich beim Bauen vielleicht einen Fehler gibt. Aber das denke ich mal nicht. So, sehr schön. Je nachdem, wie groß dieses Paket ist, welches man im, äh, aus dem Arch-User-Repository zieht, kann natürlich die Kompilierungszeit ein bisschen länger dauern. Das ist auch, wie schnell man, wie schnell der eigene Rechner ist und so weiter und so fort. So, das ist jetzt hier 14 Megabyte groß. Das war also nicht allzu viel. Und auch hier, Supplime Text 2 wird in der Applikationsliste auftauchen. So, dann wollen wir mal schauen, ob das auch wirklich so ist. Gehe jetzt hier einfach mal rein. Und sehe hier auf jeden Fall Supplime Text 2. Ohne Bildchen. Aber, es funktioniert. Es funktioniert. Da haben wir Supplime Text 2. Ist jetzt nicht die schönste Anwendung. Zumindest nicht, wenn sie über einen Container geöffnet wird. Aber sie ist halt funktionell und es ist eine beliebte Anwendung. Bei, äh, ja, bei Entwicklern. Die nutzen gerne Supplime Text 2. Und was hatten wir noch? Wir hatten den Tor-Browser. So, den haben wir hier. Übrigens auch, wenn man hier schaut, ne, wird dann hier gleich on apx-managed-aur. So, gucken wir mal. Äh, hat er das jetzt geöffnet? So, der scheint das nicht zu öffnen. Da scheint es ein anderes Problem zu geben. Schauen wir mal, was das Problem sein könnte. Das kriegen wir raus, indem wir es versuchen, manuell zu starten mit, äh, apx-run-aur und dann tor-browser. Und da sagt er nichts. Kommt also auch keine Fehlermeldung. So, gut. Der Tor-Browser, der scheint hier nicht zu starten. Zumindest nicht die aur-Version. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Denn, ähm, Programme aus dem Arch-User-Repository zu installieren, ist auch nicht immer die empfohlene Art und Weise, wie man Dinge installiert. Und deswegen schauen wir gleich mal hier weiter. Wir ignorieren das jetzt einfach, dass das hier nicht funktioniert. Oder nehmen es einfach mal zur Kenntnis, dass es eben so ist. Und, äh, wir gehen jetzt mal in ein, in das Software-Center rein, in das Gnome-Software-Center. Denn das ist eigentlich der Ort, der empfohlen wird, äh, wenn es darum geht, Dinge zu installieren. So, hier können wir auch schon mal schauen, was alles schon installiert ist. Das sind im Prinzip diese ganzen, äh, Standardsachen von Gnome zum Teil, ja. Und hier kann man dann auch schauen, welche Software geupdatet werden kann. Äh, aktuell keine. Ist alles up-to-date. Und hier kann man dann sich dann im Prinzip auch zurecht suchen, was man denn so braucht. Zum Beispiel Spotify müsste hier, ähm, genau, auch verfügbar sein. Und, ja, die Applikationsdetails werden jetzt geladen. Sehr gut. Und dann kann ich hier im Prinzip, äh, aus dem FlatHub Spotify ziehen. Und das wiederum ist eine empfohlene, äh, Weise, Dinge zu installieren. Ich kann mal schauen, ob der Tor-Browser auch hier verfügbar ist. Genau, Tor-Browser-Launcher. So, und auch dieser wird dann hier über das FlatHub installiert. Und das ist im Prinzip die, äh, eher empfohlene, äh, Art und Weise, wie man hier Programme installieren sollte. Ja, also, äh, das Installieren über die verschiedenen System-Container, die Arch-Container oder auch Fedora-Container, ist nur zu empfehlen, wenn du darauf angewiesen bist, diesesjenige Programm auf jener Plattform zum Laufen zu kriegen. Ja, äh, bei Wim oder bei Konsolen-Anwendungen macht das dann durchaus Sinn. Aber da reicht dann im Prinzip auch der Ubuntu-Container. Je nachdem. Und, äh, ansonsten, wie gesagt, direkt, äh, hier über das FlatHub dann installieren lassen. Die meisten Anwendungen laufen hier über Flatpacks. Und, äh, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass man ja auch App-Images installieren kann. Und, da möchte ich mal schauen. Und zwar würde ich jetzt hier testweise einfach mal Kdenlive installieren. Kdenlive ist ja eine KDE-Plasma-Anwendung im Prinzip, oder eine KDE-Anwendung. Ist aber ein ziemlich beliebter, äh, Video-Editor. So, und, aber wenn ich auf Herunterladen gehe, dann gibt es hier zum Beispiel, einerseits kann ich es als Flatpak installieren, oder eben auch als App-Image. Und App-Image, das wähle ich jetzt hier einfach mal aus. Genau, hier oben ist er dann schon am Runterladen. Ist schon abgeschlossen. So, hier haben wir dann das App-Image. Und, wenn ich jetzt mal Doppelklick mache, dann sagt er das, äh, dass das Ganze nicht installiert werden kann, oder nicht geöffnet werden kann. Das ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir auch in der Konsole, äh, raus mit ls. minus la, kann ich, äh, schauen, ob dieses App-Image überhaupt ausführbar ist. Und hier sehe ich nämlich, hier fehlt das kleine x hinten. Und das bedeutet, diese Anwendung dieses App-Images gar nicht ausführbar. Das ist auch sehr gut, dass App-Images aus dem Internet nicht gleich ausführbar sind, sondern dass sie erst ausführbar gemacht werden müssen. Und das machen wir mit chmod plus x und dann, äh, ja, Kaden-Live-App-Image. So, jetzt ist es ausführbar. Können wir hier nochmal gucken, ob wir es jetzt mit Doppelklick öffnen können. Jawohl. Jetzt, äh, einfach Doppelklick drauf machen und jetzt kann er es auch öffnen. Und, äh, ebola, schon haben wir hier Kaden-Live als Anwendung gestartet. Und, äh, im Prinzip, wenn ich es nicht mehr haben möchte, diese Anwendung, dann einfach hier auf, äh, dieses, diese Anwendung, dieses Anwendungs-Symbol gehen und einfach rechtsklicken löschen, äh, Delete oder so. Und, oder Remove, hier Move to Trash. Dann, äh, kann ich das Ganze entfernen. So, bei der Nutzung von App-Images empfiehlt es sich einfach in seinem Home-Ordner einen neuen Ordner anzulegen. Das werde ich mal machen. Äh, New Folder. Und das nenne ich einfach Applications. Das ist tatsächlich traditionell auf vielen Betriebssystemen auch der Ordner, wo App-Images abgespeichert und abgelegt werden. Und dann gehe ich auf, äh, das jeweilige App-Image, schneide das aus und gehe dann auf Applications und füge das hier ein. Und dann habe ich alle App-Images immer an einem Ort. Ja, dann kann ich das immer unter Applications dann entsprechend finden. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. So, kommen wir nun mal zu meinem Fazit bezüglich Vanilla OS. Ich finde, Vanilla OS ist ein ziemlich interessantes Projekt, das es so noch gar nicht in der Form gibt als Alternative. Ähm, ich finde das Modell sehr schön, dass das Kernbetriebssystem unangetastet bleibt, einfach um Stabilität zu gewährleisten. Das ist etwas, das bei vielen Betriebssystemen durchaus fehlt, da gerade Anfänger auch und auch erfahrene Leute, so wie ich, gerne mal im System ein bisschen rumfuhrwerken und ausprobieren. Und dann ist das immer sehr, sehr schade, dass das ganze System dann irgendwie geschreddert und geschrottet wird, weil man was falsch gemacht hat. Das ist bei Vanilla nicht so einfach. Allerdings bietet Vanilla einen unfassbar tollen Spielplatz zum Ausprobieren und zum Kennenlernen auch der verschiedenen Paketmanager. Und das liegt eben daran, dass bei der Installation von Programmen entsprechend Container geöffnet werden. Die Container, das sind dann einmal Fedora, Arch Linux, Ubuntu und Alpine Linux. Das ist absolut hervorragend. Man kann sich innerhalb dieser Container wirklich komplett und vollständig austoben und sollte mal einer dieser Container nicht mehr richtig funktionieren, weil man irgendwas übertrieben hat, dann kann man diesen Container einfach neu starten. Und die Installation von Paketen mittels APX ist recht intuitiv. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und durchaus auch das Vanilla-OS-Handbuch sich zu Rate ziehen, um das ganze Konstrukt dahinter auch ein bisschen kennenzulernen. Wenn man das aber ein-, zweimal gemacht hat, steigt man recht schnell durch. Was die Installation der Arch-User-Repository-Pakete betrifft, da benötigt man tatsächlich ein bisschen Erfahrung in der Nutzung und in den Voraussetzungen, die es braucht, um eben Arch-User-Repository-Pakete zu installieren. Da kann es dann passieren, dass das so, wie es hier schon gerade passiert ist, dann einfach nicht funktioniert. Und da muss man dann ein bisschen sich belesen oder einfach auch ausprobieren. Oder vielleicht auch braucht man ein Stück weit auch die Erfahrung, um zu wissen, woran es denn genau liegt. Ich finde es allen in allem ein unfassbar schönes Betriebssystem. Mit GNOME auch eine wirklich tolle minimalistische Oberfläche. GNOME wird ja wirklich von Jahr zu Jahr immer, immer besser. Und dadurch eignet sich Vanilla-OS wirklich als sehr, sehr guter Daily Driver, weil wirklich für jeden etwas dabei ist und das System auch wirklich rund läuft. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.